Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem nächsten Teil von Pokémon Techniques auf Nintendo Switch. Ja, wir gehen Richtung Gruppe C3 immer wieder mal. Kommt dann zwar immer wieder... Kam dann auch einmal kurz wieder weg davon, aber kam dann auch jetzt wieder näher. Mal gucken. Es kommt ein kommkampf, wir sehen uns gleich wieder. Ich drück auf Aufnahme, Stopp, äh Pause und dann bis gleich. So, und da haben wir unsere Herausforderung. Wen haben wir da? Ja, Gott denkt wie aus Italien. Bezaubernder Tränen. Ich sag nur Avatar. Salute! Oh, ja, 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 ja. Sorry, Lorde Tank. Es geht ziemlich nicht, eine Dame so zu verprügeln, aber... Was will man machen, wenn man so ein Spiel spielt? Wow. Oh, jetzt fängt sie an. Okay, sie kann der Luft kontern, das ist echt gemein. Halsch, knapp gedrückt. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Oh, jetzt hat sie mich. Okay. 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 good fight, sehr gut Knapp! Knapp aber sehr gut, sehr schön. Minus hundertzweck, uuuuuhh. Na fast läuft man sich ja nochmal überm Weg. Meine Güte weg. Oh, wir haben sogar direkt mal einen wiedergefunden. Der Tommy wieder, aber diesmal nicht mit Lucario, sondern mit Knackrack. Ok, Knackrack ist auch so ein Ding. Der verteilt gut Schaden. Schauen wir mal. Ich schweb nicht direkt rein, ey. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, besprochen, ja klar Was mach ich? Hyperstrahlung mach ich Tommi mit Lucario warst du besser Falls du mich verstehst You are better with Lucario Not with Knack-Karak Gut, das sind nicht der englischen Namen der Pokémon Aber gut, okay So, wen finden wir jetzt als nächstes? Niemanden Also bis gleich So, da haben wir die nächsten Herausforderungen Wen haben wir da? So, die kennen wir schon Die ist natürlich nicht so ohne Wir haben die 4001 Siege Yeah Das ist fett wert Das auch Hey, wir haben die 400 geknackt Ist ja geil Oh Oh Hahaha Oh yeah Das lief wie geschmiert fast Nur fast, sonst wäre es perfekt gewesen Ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen überrubbelt gefühlt Zum Glück zieht da nicht wirklich was ab Nein Außer Passwort Das war's für mich, das war's für mich Ah, grad wollte ich loslassen, ey. Nein! Jawoll! Geil! Wow! What a fight! What's the fight? Good fight! Thanks for playing! Meine Güte! Hammerhart hier! Das kriegt noch mal gut so als satte Punkte, Aufstiegsrunde nahe. Das klappt ja echt gut heute. Wir haben zwar auch ein paar Niederlagen eingeheimst, aber eigentlich relativ mehr Siege. Aber immer noch nicht aufgestiegen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, denn der nächste Gegner. Kann man wieder nicht aussprechen. Gruppe B5, Abstiegsrunde. Oha! Aus Japan! 813 Siege mit Schatten, YouTube. Schauen wir mal. Okay, da weiß ja, Japaner haben sie mal ganz gut drauf manchmal. Manchmal? Immer? Mal? Mal? Wie auch immer? otype 1 x3 Oh! 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 Okay! Ok, er war schneller. Hey, er war wohl schneller mitgreifen. Na gut, eine Chance haben wir noch. Haha. Hmm. 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 Ja gut, okay. Erste Runde liefer war saumäßig gut. Das hätte ich niemals erwartet. Das war gut. Okay. Das hat doch Puppe gelegt, ne? Wir haben da natürlich doch ein bisschen mehr Ahnung als ich. Ja gut. Ein Kampf dürfte, denke ich mal, okay. Wir sind mal 3,5 Minuten. Mal gucken, das geht mal hin. Nächster Kampf. Mal gucken, ob wir einen finden direkt. Leider no, also bis gleich. Da haben wir unsere letzte Herausforderung. Unsere letzte in diesem Video. Es ist Goteko Ostamerika. 886 Siege Mewtwo. Gruppe C5. Schauen wir mal. Eine Gruppe 1 unter mir. In dieser Hinsicht dürfte man es schaffen. Über 800 Siege. Ich nur 400. Ich habe nur die Hälfte davon. Er hat auf jeden Fall mehr Fahrer mit Mewtwo. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe gedacht, ich wäre hoch genug, wenn ich das mache. Wie kriegt ihr das hin, dass ich dem sein Konter ständig da durchbreche? Ich habe keine Ahnung, aber mir gefällt es. Haha! Haha! Mh 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 Mh! hmm Mist, na gut, okay, eine Runde haben wir noch. Ich habe noch eine Waze, aber das ist nicht. Ah, ich hab's gebt. unfassbar der hätte ich eigentlich besiegen müssen aber gut okay irgendwie lief es nicht so gut da habe ich gegen bessere schon gekämpft und gewonnen jetzt aber gut okay trotz allem gut falsch gutes spiel guter kampf na gut dann war es das für heute mit pokémon technics auf der nintendo switch und ja ich hoffe ihr seid das nächste mal wieder mit dabei verkehrst einen daumen hoch und ein abo und dann sehen wir uns auf dich wie gesagt spätestens hier beim nächsten teil wieder oder auch vielleicht bei anderen let's base von mir und ihr das da natürlich auch da oben ich habe noch einige andere let's base gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann demnächst wieder spätestens hierüber machen